Und dann habe ich doch gesagt, gucken wir uns den Video nochmal an. Das ist dann die Musik aus Super Mario 1. Tja und da wären wir dann ausgekommen. Ja, beim Flying Wacom Zone. Voll auf die Super Mario Brothers mit der Musik. Nein, klar. Auch kein Bock mehr. Soll er alleine machen den Scheiß? Hoffen du stirbst. I bet something good will happen if you are small. So. Ah. Kommt er nicht wieder. Nee, witzin. Boom! Du Geier. Du Geier. Du Geier. Du Geier. Boah. Die Schwunger. Ganz ehrlich, das ist so eine Scheiße war, was die wenigsten hier bringen. Die bringen am Ende nur einen Hammeranzug. Dann wird es so leichter lief. Oh Gott. Als wenn das mal nicht klassisches Washen ist. Das schlecht ist in Form. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Jawohl. Pilz nicht wegkrieg oder was? Anhalten. Ey das ist wieder so klar. Auf dich passen aber leider niemand. Entschuldigung. Du bist so schade. Ich hätte die eine Insel. Du bist. Richtiges Arsch. Wer hat es gemacht. Wer hat es gemacht. Ihr wisst es. In your face. Nein. Ich baue Retro aber. Den kann ich mir. Fertum. 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 Wer gerasht. Ich sehe schon. Alter. Ist das nicht aus Super Mario Bros 1? Das allererste Level? Oh doch. Ist es. Das weiß ich nur weil ich es mir gestern runtergegangen habe. Haha. Idiot. Na gut. Da gibt es eine Menge da oben. Danke fürs auf mich drauf springen. Keine den. Boah scheiße. Ja da stirbt jemand der kein skill hat. Anhalten. Ihr hattet niemand für dich an, dann merkst du endlich, warum? Gönn dir, gönn dir. Der Junge hat halt Skill. Nein! Ja, sieht man mal wieder. Hier, und hier, trotz halbem Bildschirm, das ist wieder eine herrliche Nummer hier. Oh, alle drei Wünsen, nur für den Wunder. Fuck! Der hatte mich voll verrückt, der Wichser! Junge, aus Reflex gehst du dahin, Alter, das ist so schlecht. Oh mein Gott! Zeig mir einen, der da nicht hingeht. Oh mein Gott! Wichser! Ich kann mal wieder! Oh mein Gott! Schlecht, du richtig, Liga! Wie uns gönlich einfach. Ja, ne, ne. Ja. Ja, hast du ja so nötig gehabt. Hab ich auch. Du wolltest mich abwerfen, ich wusste es! Ich wusste es gar nicht abwerfen. Nein, was nicht! Boah! Nein! Das war doch nicht Ende! Geht voll lange! Junge, verpiss dich! Ey Junge, du bist so ne Burs! Du hattest doch schon wieder! Ja, Pisser! Wohin runter! Oh mein Gott! Egal, Riesensprung! Nein! Wenn man sich mit dem Meister anlegt, sollte man sich nicht wundern, wenn man dann auch kassiert. Wohin Schuh! Puh! Verpiss dich, ja! Du hast keinen Skill! Du hast keinen Skill! Pisser, ja! Oh Mann! Das ist doch lächerlich! Wo ist denn denn? Teddy! Ja? Ja! Und wir haben mal auf, das ist nicht ganz so lustig! Boah! Nee! Der Teddy ist weg! Was für'n Teddy! Ja! Der Teddy-Anzug! Der Teddy! Das ist der Foschbär-Anzug, Junge! Das ist der Teddy-Anzug! Puh! Da hört man sogar noch diesen, ich hab keinen Skill, ich bin tot! Sound! Mit dem, boah, ich hab Skill und hab's beendet! Das Level-Sound! Was laberst du? Retro-Will, oder was? Ja! Gebt er nicht auf Jimmy Neutron? Teddy! Boah, Junge! Ja! Wie, dann bringst du mich direkt zum Sterben! Ja! Ja, denn! Ich bin wegen dir fast gestorben! Puh! Boah! Hallo! Siehst du, da muss... Da muss der mich irgendwo behindern! Boah! Weil einfach so unglaublich nervt der Junge! Wie ein Beyblade, Junge! Falls man diese Sonne überhaupt noch kennt! So bist du schon! Alter Junge! Ganz ehrlich, um in Ruhe zu schauen! Du bist einfach so bewusst! Ja, du behinderst mich nur! Sorry, aber... Ne? Okay, die Kassette ist gleich leer! Warte, ich guck mal genau wieviel! Yossi! Zwei Minuten noch! Ich würde reinhauen! Okay! Sonst müssen wir mit... Nein! Tape End! Tape End arbeiten! Das ist ziemlich scheiße! Nein, mein Yossi! 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 Alter! Junge, wasch da jetzt einfach! Das kommt nicht mehr drauf an! Hol da oben die Blume rum! Die Blume! Die Blume! Alter! Ist das kein Skill? Das war der Beweis für kein Skill! Brechen wir es ab! Brechen wir es ab! Okay! Okay! So I want to cure the door! I'm a loser, baby! So why don't you kill me! Don't you? B- 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 Untertitelung des ZDF, 2020